Ich hatte alles verloren. Es geht nicht darum, was du getan hast, sondern wem du es angetan hast. Leg dich niemals mit dem falschen Arm. Dieser Niemand ist John Wick. John, würde ich ja... Ich hab keine Angst. Ach ja. Alle fragen mich ständig, ob ich zurück bin. Ich hab das Gefühl, ich bin es. John Wick. Sonntag, 23 Uhr. Pro 7. Ja.